Warum habe ich zugelassen, dass er oder sie so mit mir umgeht? Das ist eine der häufigsten Fragen, die sich Betroffene von Narzissmus entweder in der Beziehung, in der sie noch sind, stellen, beziehungsweise danach. Und wenn die Antwort dich interessiert, dann bleibe gerne dran. Abonniere vorher den Kanal, klick auf die Glocke, dann wirst du nämlich immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und wir sehen uns gleich. Ja, warum lassen wir eigentlich zu, dass wir oder dass jemand uns so behandelt? Warum lassen wir zu, dass die andere Person uns kritisiert, abwertet, demütigt, schlimmstenfalls körperliche Gewalt anwendet? Weil auch das ist leider ein, ja, ein Muster von narzisstischen Menschen. Und jetzt kommen wir mal zu der Antwort. Warum lassen wir es zu? Die Antwort ist leider, weil wir es vielfach in der Kindheit nicht anders gelernt haben. Das klingt jetzt sehr simpel, ist aber natürlich komplexer. Ich fange mal bei der Kindheit an. Wer als Kind oder wenn wir als Kind keine bedingungslose Liebe von unseren Bezugspersonen erfahren haben, Wenn wir als Kind gelernt haben, ich muss beweisen, dass ich Liebe verdient habe. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin, dass ich es wert bin. Zum Beispiel, weil wir eben nur Liebe und Anerkennung in der Kindheit bekommen haben. Wenn wir gute Schulnoten nach Hause gebracht haben, wenn wir besonders fleißig vielleicht im Haushalt waren, vielleicht auch wenn wir besonders lieb waren, indem wir leise waren, still waren, möglichst unsichtbar waren, Die Eltern nicht aufgeregt haben, weil wir keine Fragen gestellt haben und uns das alles verkniffen haben. Und wenn wir dann Liebe bekommen haben, dann haben wir als Kind gelernt, Ich muss bestimmte Anforderungen erfüllen, damit ich Liebe bekomme, damit ich Zuwendung bekomme. Ein Kind, welches bedingungslose Liebe erfahren hat, also welches Zuwendung bekommen hat, welches sich auf den Schoß setzen durfte und mit der Mama oder dem Papa kuscheln durfte, ohne dass es irgendwas dafür getan hat. Dieses Kind hat gelernt, ich bin immer liebenswert, ich bin immer wertvoll, ich muss dafür nichts tun und das ist die gesunde Einstellung. So, und wenn wir das jetzt aber zum Beispiel nicht gelernt haben, weil unsere Eltern nicht in der Lage waren, uns das zu geben, und das kann sein, dass die Eltern selber in der Kindheit nicht gelernt haben, dass es bedingungslose Liebe gibt, das kann sein, dass die Eltern vielleicht depressiv waren oder ein Elternteil depressiv war, der andere Elternteil vielleicht sehr, sehr wenig da, weil er der alleinige Verdiener war oder die alleinige Verdienerin war. Das kann sein, dass ein Elternteil süchtig war, alkoholsüchtig, drogensüchtig, tablettensüchtig, was auch immer. Also wichtig ist, es geht nicht darum, jemanden Schuldigen zu finden, sondern zu erkennen, okay, deswegen habe ich mir das gefallen lassen, deswegen habe ich Dinge mit mir machen lassen, wo ich eigentlich in einem Zipfelchen irgendwo von mir wusste, hey, das geht zu weit, hey, das ist gerade falsch, was hier läuft. So kann keine gesunde Beziehung aussehen. So, und zurück zur Kindheit, wenn wir das eben da gelernt haben, dass wir keine bedingungslose Liebe verdient haben, dann führen wir dieses Muster als Erwachsene unbewusst fort. Das heißt, wir kommen in eine Beziehung und unser Partner, was ja typisch ist für eine narzisstische Person oder unsere Partnerin, redet mehrere Tage nicht mit uns. Dieses Schweigen ist eine Form der psychischen Gewalt, dass wir wie Luft behandelt werden. So, und da meldet sich natürlich wieder auch unser inneres Kind, unser Muster aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, was sagt, oh, kenne ich, war damals auch so, ich muss jetzt beweisen, dass ich die Liebe verdient habe. Und dann fangen wir an, uns zu entschuldigen vielleicht, alle Schuld auf uns zu nehmen, obwohl es gar nicht ganz deutlich unsere Schuld war. Wir fangen an, Dinge schön zu reden, runterzuschlucken, also runterzuschlucken im Sinne von, eigentlich wollte ich noch mal über das Thema reden, weil das tat mir schon sehr weh, aber ich schluck's runter, ich mach jetzt dort nicht eine neue Baustelle auf. Und letzten Endes ist das das gleiche Verhalten wie das, was wir in der Kindheit gemacht haben. Nur in der Kindheit haben wir versucht, die Liebe und Aufmerksamkeit unserer Eltern zu gewinnen und zu beweisen, hey Mama, hey Papa, ich bin's wert, ich hab das doch verdient, guck mal, was ich alles Tolles gemacht habe. So, und jetzt machen wir das, oder haben wir gemacht, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, machen wir das genauso in unserer Beziehung. Dass wir auch wieder anfangen zu beweisen, hey, guck doch mal, was ich alles gemacht habe. Ich habe das ganze Haus sauber gemacht, bin noch zwölf Stunden arbeiten gegangen, habe mich um die Kinder gekümmert, habe dir ein tolles Essen zubereitet oder habe dir was und was, was weiß ich, den und den Wagen oder den und den Ring gekauft oder das und das Tolles gemacht. Guck doch mal, wie ich mir die Liebe verdient habe und jetzt gib sie mir doch. So, und damit machen wir uns natürlich klein, immer kleiner, immer kleiner. Damit verlieren wir unser altes Ich. Wobei, da komme ich aber mal in einer anderen Folge drauf zurück. Unser altes Ich wollen wir eigentlich irgendwann auch gar nicht mehr wiederhaben, weil dein altes Ich hat dich ja in die Situation, in diese Beziehung erst gebracht, weil du dieses Muster aus der Kindheit hattest. Okay? So, und das ist das, wenn du das Muster auflöst, dann kommt erst dein wahres Ich zum Vorschein. Und das ist ja viel genialer, viel strahlender, viel freudiger, gesünder, leichter als dein altes Ich, weil dein altes Ich hat die ganzen alten Muster. Und das ist jetzt natürlich, in dieser Beziehung wird das immer, immer kleiner, ist quasi irgendwann, ja, wahrscheinlich bei Null oder im Keller. Wenn es dir geht, wie mir damals, ist es im Kellergeschoss minus 85. Und gleichzeitig ist das deine Chance, zu deinem wahren Ich zu kommen, indem du diese ganzen Erlebnisse aufarbeitest. Ich habe eine Kundin, die hat zum Beispiel als Kind erlebt, dass ihre Mutter bis zu drei, vier Tage sie komplett ignoriert hat und nicht mit ihr gesprochen hat, sie behandelt hat wie Luft. Und das ist natürlich für ein Kind die größte Strafe überhaupt, weil ein Kind ist, das ist einfach hilflos, das ist machtlos. Und wenn die Person, die quasi die Verantwortung für das Kind hat, die die Aufsichtspflicht hat, wenn die Person, die für das Kind, die hundertprozentige Vertrauensperson ist, wenn die sich nicht um das Kind kümmert und das Kind quasi links liegen lässt und drei Tage ignoriert, ist dann, dann kommt das für das Kind an einer Todessituation gleich. Ja, und das macht natürlich unheimlich viel Angst. Und meine Kundin zum Beispiel hat dann als Kind der Mama Briefe geschrieben, verzweifelte Briefe und die Mama hat trotz der Briefe nicht reagiert. Und nun als Erwachsene, 42-jährige Frau, ist sie in einer Beziehung mit einem Narzissten und der macht das Gleiche wie ihre Mutter, redet mehrere Tage nicht mit ihr, ignoriert sie komplett und sie schreibt WhatsApp-Nachrichten und versucht ihn zu erreichen. Das heißt, sie hat das gleiche Muster, was ihre Mutter gemacht hat, hat sie jetzt wieder in ihrer Beziehung und sie verhält sich genauso, weil sie es noch nicht aufgelöst hat. Inzwischen hat sie es aufgelöst durch das Coaching. Aber dadurch, dass sie es noch nicht aufgelöst hatte, hat sie natürlich genau das gleiche Verhalten an den Tag gelegt oder versucht, die gleiche Strategie versucht wie als Kind. Und dann ist es wichtig, das eben zu erkennen, aufzulösen und sich bewusst zu machen beziehungsweise neue Glaubenssätze zu entwickeln, dass du immer liebenswert bist, dass du immer Liebe verdient hast und dass du nichts dafür beweisen musst. Du musst dafür keine Schuld aufnehmen für etwas, was du nicht getan hast. Du musst dich dafür nicht verprügeln lassen, du musst dich nicht beleidigen lassen und du musst dich auch nicht demütigen und abwerten lassen. Das sind einfach falsche Programmierungen im Unterbewusstsein, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, weil ich höre das auch ganz oft, bekomme ich zum Beispiel auf Instagram Nachrichten oder bekomme ich aus meiner Facebook-Gruppe Nachrichten, wo diejenigen dann sagen, warum bin ich so dumm, warum bin ich so doof, warum bin ich so blöd. Und du bist nicht dumm, du bist nicht blöd und du bist auch nicht doof. Du bist, und da sind wir schon beim Auflösen, du bist ein wertvoller, wunderbarer, ganz, ganz liebenswerter Mensch. Und dass du dir das gefallen lässt von der narzisstischen Person, ist einfach dem Umstand geschuldet, dass du es in der Kindheit nicht anders beigebracht bekommen hast. Und dass du es in der Kindheit nicht anders beigebracht bekommen hast, ist nicht deine Schuld. Also das ist ganz, ganz wichtig. Gib dir hier nicht die Schuld und sage, es ist meine Schuld. Aber gleichzeitig erkenne an, okay, das habe ich in der Kindheit mitbekommen, neben vielen, vielen guten Sachen, hoffe ich, das habe ich in der Kindheit mitbekommen. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Das war aber nicht immer das, was ich gebraucht habe, was du gebraucht hast. Und daraus hat sich halt dieses Verhaltensmuster ergeben, entwickelt, ist entstanden. Und da du es nicht anders wusstest, nicht anders konntest, machst du das halt heute noch so. Jetzt ist der Moment, wo es heißt, okay, ich habe es jetzt erkannt, so war es in meiner Kindheit, that's it, ich kann es nicht mehr ändern, meine Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann meine Zukunft ändern. Und ab heute nehme ich mein Leben in die Hand, ich arbeite an mir, ich hole mir Unterstützung, damit ich diese ganzen Sachen auflöse. Weil wenn du es nicht auflöst, dann stehen die Chancen fast zu 100%, dass du wieder in einer narzisstischen Beziehung landest oder mindestens in einer toxischen. Toxisch kann ja auch sein, dass du in einer Beziehung mit einem alkoholkranken Menschen landest, mit einem drogensüchtigen Menschen. Und deswegen ist dieses Auflösen so wichtig. Und wie gesagt, geht nicht darum, deinen Eltern jetzt gram zu sein oder sauer zu sein. Sie haben ihr Bestes gegeben, Vertraue darauf, sie haben es selber nicht besser gewusst, besser gelernt, weil ein Mensch, der in der Kindheit keine Liebe erfahren hat und das nie aufgelöst hat, warum, weshalb, wieso, der kann natürlich auch keine Liebe geben, weil er weiß ja gar nicht wie. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen, wie gesagt, jetzt erkannt, okay, that's it, Kindheit war so, das war halt ein Part, der nicht so optimal lief, aber ich bin jetzt erwachsen, ich löse das jetzt auf, ich fange das jetzt an, bei mir zu heilen, damit ich zukünftig mir solche Sachen nicht mehr gefallen lasse, damit ich zukünftig viel schneller erkenne, wenn die ganze Sache hier in die falsche Richtung läuft und viel schneller Grenzen ziehe und zwar ohne schlechtes Gewissen. All das kannst du wunderbar auflösen. So, gib mir mal gerne in die Kommentare unter diesem Video, ob dir das weitergeholfen hat, ob du dazu noch Fragen hast. Abonniere gerne den Kanal und klick, wie gesagt, auf die Glocke, damit du immer informiert wirst, wenn es ein neues Video gibt und wenn du mehr Fragen, weitere Fragen hast zu dem ganzen Thema, dann schreib sie auch gerne in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail und dann mache ich gerne auch dazu ein Video. So, ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel hier gebracht. Sei liebevoll mit dir, sei wertschätzend, mit dir und jetzt wünsche ich dir alles Liebe. Bis dahin. Tschüss.